Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Münsterland. Ich begrüße euch hier heute zu meiner Sonntagstour sozusagen, bei herrlichstem Sonnenschein-Radfahrwetter und ich habe eine Idee. Ich habe in der letzten Woche einen Kommentar bekommen, da hat mir jemand geschrieben, schönen Dank für die tolle Tour und ich radel auf dem Ergometer mal so ein bisschen mit. Da dachte ich mir, hm, willst du vielleicht mal die Idee, eine Tour zu machen, wo ich nicht so viel dazwischen quatsche, sondern wo ich mich einfach begleite, wie ich fahre. Sprich, ich filme das jetzt in eins durch und versuche das mal nicht zu schneiden. Ich schaue mal, ob das auch spannend genug da ist zum angucken. Aber damit es nicht so ganz langweilig wird, habe ich mir mein Pedelec mitgenommen, also mit Motorunterstützung. Und da komme ich ein bisschen zügiger voran, dass auch ein bisschen Abwechslung im Bild ist und nicht fünf Minuten eine Straße geradeaus fahren. Hoffe ich. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn euch das gefällt, wie ich das gemacht habe, dann schreibt mir das ruhig in den Kommentaren oder gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn euch das nicht gefällt, dann bitte auch nicht mit Kritik sparen. Daran kann man sich ja entwickeln, wenn man erfährt, wie es euch gefällt. Ich schreibt mir das ja gar nicht. Noch, bitte, boo. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.